Hallo und herzlich willkommen zurück zu Black Mesa, der, äh, was haben wir denn, 17. Part, glaube ich mittlerweile, also wir sind schon gut weit vorangeschritten und wir haben schon so viel erlebt, also wer hier quer einsteigt, dem sei wirklich ans Herz gelegt, schaut von vorne, wir hier als Gordon Freeman haben schon so viel erlebt, boah, ja, wir sind jetzt soweit, ich wollte hier noch einen Knopf drücken und eine Selbstschussanlage, aber leider nur eine, warum kann ich denn nicht beide steuern, wenn die hier so im Eck ist, also irgendwie habe ich die Vermutung, wir müssen da Gegner hinlocken, richtig, du wartest mal hier und wir gehen da jetzt mal alleine vor und sobald was kommt, rennen wir mal zurück, aktivieren diese blöde Waffe, puah, also da, da geht's doch schon los, Das kann ich auch Ja, vorsicht nicht, dass ich hier Oh, die ist kaputt Ah, ja, 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 shit Hihihi, um die Ecke Ah, ich glaube, das war gar nicht so verkehrt, die hier in die Selbstschussanlage zu loppen Nein, nicht wieder was auf den Kopf schmeißen Kommt man gar nicht hoch Ja, wir nehmen mal hier unseren Kollegen mit Komm mal her Ja, komm, bitte Sehr gut Meinst du? What the shit is this shit? Ich habe keine Ahnung wo Oh, nein, 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 was habe ich getan? Gehen die auch von allein kaputt? Ja, Gott sei Dank Wäre ich mal lieber in die Richtung gegangen, oder? Ah Ah, es tut mir so leid, man. Wegen mir ist er gestorben. Ach, das waren ja doch hier Explosivkisten. Ich habe extra geguckt, gibt es hier was, was man zerschießen kann, was explodiert. Aber ich habe die Kisten als solche nicht erkannt. Ach, die lasse ich mal einen Moment hinter mir herlaufen, dann gucken wir nochmal hier drüben. Lambda! Lambda-Komplex! Ah, wir haben es. Dann gehe ich aber doch erstmal da drüben. Okay, tut's hier nix. Na, soll ich da jetzt reingehen oder? Lüber durchs Parkhaus. Ich gehe nochmal hier rüber. Mag der jetzt schon mal gucken, wo es da lang geht. Boah, fuck. Boah. Ach Gott, das war wieder scheiße. Das hätte ich besser machen können. Da waren wieder explodierende Kisten. Warum sehe ich die denn nicht? Ich gehe jetzt. Also ich hätte ja echt gesagt, dass es auf der anderen Seite weiter geht. Ah, okay, hier geht es nicht weiter. Na dann habe ich ja meine Antwort. Gut, dann müssen wir doch wieder zurück. Na, wutsch! Mal so unnötig Energie verlieren. Okay, okay. Let's landen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Na komm Wow Wo wollen wir denn jetzt hin? Oh, ist das ein Fisch? Oh Verdammt, ich glaube, das war so ein Fisch Au Blödes Vieh, hab ich das nicht mit gespeichert So ein Mistfiel Scheiße Warum tat das jetzt weh? Was habe ich getan? War bestimmt heißer Wasserdampf Ich sehe es schon kommen Ich sterbe gleich wieder Oh, ich bin mal kaputt Du störst mich hier nur Oh, verdammt Oh mein Gott Oh mein Gott, ein Health-Punkt Gleich sind wir wieder tot Ich sag's euch Das sieht doch hier ganz scheiße aus Ich glaube, das mag ich diesmal nicht speichern So, dann war hier noch ein Vieh So Zack Jetzt müssen wir da ganz schnell rüber Oh, Gott sei Dank Jetzt hier durch Am besten mittig Gar nicht hier irgendwelchen Wasserdampf abbekommen So Hier rüber Ach, das wollte ich aber auch für jeden kleinen Jump den Duck-Jump nehmen Das, ne? So Das machen wir wieder so 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 Jetzt können wir das Speichern Okay, ist natürlich doof, dann da zu stehen, ne? Das gut geht Natürlich nicht Aber die Idee war nicht schlecht, oder? Probier ich grad nochmal vielleicht Sieben Health Meine Fresse Wo ist sie? Ach, hier hab ich Ach Ich dachte, ich hab sie schon kaputt gemacht Ist der tot, oder was? Na komm schon Ja, der ist tot Cool Ja, das ist ja auch wieder geschafft hier Da geht's hinauf Das war's dann auch schon Ob die Viecher den Fisch angreifen? Ich glaube schon Jetzt ist er tot Boah, wie gruselig das aussieht, oder? Geil Ha, haben wir das Vieh auch platt gemacht Ah, wir sind schon Wir sind schon gut Ah, wir waren alles platt hier Ah, schon wieder Ladedaten Es werden wahrscheinlich wieder Drölf Trilliarden Marines irgendwie gespawnt Die mich wieder angreifen und beschießen und umlaufen Ja, da kommt doch schon Musik Das war's kein End pill, das ist ein Schmack Aber jetzt habe ich mal gecheckt, was da so in dem Raum passiert. Mal gucken, ob wir das jetzt nicht fett hinbekommen. Jetzt haben wir hier alles mit. Was geht's? Oh, wie stark der ist. Ich habe den aus nahe Entfernung im Pumpgunschuss reingepackt. Das probieren wir nochmal so. Scheiße. Ey, was war ich denn jetzt? Das war's. Was? Sichtbare Deckel, so eine Scheiße. Lampda-Komplex. Leute, wir sind da. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Das müsste es doch endlich sein. Warum ist denn das so laut jetzt hier gerade? Hört ihr mich noch? Hallo? Oh, hier was Neues. Was, wenn, Frisch, Leid. Garnat. Und hier gibt es mal wieder diese Fackeln, die wir ganz am Anfang mal benutzt haben. Falls ihr euch noch erinnern könnt. Shit. Ach komm schon. Gibt es hier jetzt nichts? Bin ich extra hier hochgesprungen. Gibt es nichts? Na gut. Alles kaputt. Top Secret. Top Secret. Das war es auch schon. Wie noch ein Fahrstuhl. Ich hasse Fahrstühle. Ich nehme mal so eine Fackel vielleicht mit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe so Angst. Oh mein Gott. Ich habe so Angst. Mit jetzt muss ich das auch schon例えば? Frech. Alles kaputt. Okay. Ich habe so Angst. In 1, in 2, in 3, 4, 1, auf den Schlag vor mir war. Dann in 3, in 3, in 3, in 3, in 3, in 3, in 4, in 4, in 3, in 4, in 3, in 4, in 5, in 4. ich habe auf jeden fall marines gehört darum speichere ich hier noch mal bevor ich jetzt wir ums eck gehen das ist noch mal munition für starke waffen alles total verseucht hier haben wir diese frame einbrüche ich weiß gar nicht warum überall ganz fiese reaktoren was machen die erzeugen die erzeugen wahrscheinlich strom oder für diese ganzen technologien die die hier finden wir werden ja einen immensen energiebedarf hier haben da unten geht es wieder ab ich warte noch ein bisschen ist er richtig schön das ist er transit siehst du ich habe es doch in den parts davor schon gesagt wir hätten aber nur mit dem transit zu fahren sollen das wäre viel schneller gegangen nee das machen wir wir laufen hier irgendwo durch die walachei dann kommen wir hier ganz hoch mensch ach die kiste ist noch kaputt irgendwas brauchbares wird sich schon finden dankeschön dankeschön dann gehen wir nochmal ins büro hier gibt es bestimmt noch was tolles batterien batterien super ja kaum sind wir wieder hier bei blackmater drin gibt es wieder ganz viel energy super schlange gehen wir mal gucken speichern hier nochmal ab schau mal schau mal ob Okay. Tja, so langsam sind wir ganz schön routiniert, was so Fallen angeht, wa? Ja, war jetzt auch nicht so schwer, einfach da mal eine Granate hinzuwerfen. So, ich glaube, jetzt sind wir wirklich drin. Also richtig drin. Gucken wir mal hier. Müssten uns ja so langsam dem Ende nähren. Lamp da. Wir sind also wirklich da. Reaktorkomplex. Oh, das ist aber tief. Habt ihr das gesehen grad? Was war das denn? Bestimmt eine geglitschte Kiste oder so. Ganz viel Heilung da drin. Was ist jetzt on? Ist doch gar nix on. Das ist wahrscheinlich der Fahrstuhl hier, oder? Ich hasse Fahrstuhle. Weißt du was? Ich verstecke mich in einem Lkw, oder? Wenn ja irgendwas kommt. Ja, wie. Keine Gegner. Kann ich ja ganz glauben. Wim, da muss ich nicht. Seems mal besser. Guck. 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 Ah, komm. Shit, die Zeit ist ja auch schon wieder rum. Also ich werde jetzt hier gerade noch die Kisten platt machen. Und dann müssen wir uns hier schon wieder ein Plätzchen suchen, wo wir mal ein kurzes Häuschen anlegen. Die Zeit vergeht immer so schnell. Ich glaube, ich muss auch wirklich mal eine Pause machen. Ich zocke jetzt schon so lang. Ich glaube, das schlägt sich schon in meinen Kommentaren nieder. Ah, ist aber so geil, das Spiel. Das kann man einfach nur suchten. So, dann holen wir uns da oben noch die Energy. Ganz schön groß da rein. Da drücken war ja nichts mehr. Mal hier jetzt nochmal gucken. Da geht es gar nicht rein. Das sieht auch nicht so aus, als liegt da was drin, was man looten könnte. Was uns den Hinweis gibt. Hier, schau mal Junge. Hier musst du mal hin. Das sieht wieder aus wie ein Point of No Return. Dann gucken wir doch gerade nochmal, was ist da der Fahrstuhl. Ob der geht. Nee, der geht gar nicht. Ja, okay. Dann machen wir hier jetzt unser Häuschen. Wieder mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir doch Kommentare, wie ihr das Spiel findet. Und überhaupt gibt es ja so viel zu zu schreiben. Eigentlich ist ja so geil hier alles. Und ja, ich lade euch natürlich wieder herzlich ein zu meinem nächsten Part. Wir müssten uns ja wirklich so langsam dem Ende nähren. Ich weiß gar nicht mehr so genau, was wir hier machen in Lambda. Aber irgendwas Wichtiges fürs Ende machen wir hier. Hazard Handling Base und was? Hazardous Materials. Ja, schauen wir mal. Das werden wir alles im nächsten Part sehen, was uns dort erwartet. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Und einen wunderschönen Tag euch noch. Bye, bye. Euer Langster.